Katan wächst und braucht Energie. Fossile Brennstoffe oder erneuerbare Energien? Alles wirkt sich auf eure Umwelt aus. Die Errichtung von Dörfern und Forschungsständen. Aber auch die von fossilen Kraftwerken. Deren Bau ist günstig. Doch das Risiko für Umweltkatastrophen steigt. Für die Allgemeinheit und für dich. Viel Forschung ist notwendig für ein grünes Kraftwerk. Saubere Energie zahlt sich langfristig aus. Doch fossile Brennstoffe sind günstig zu haben. Welcher Weg führt zum Sieg, findet es heraus. In Katan Energien. Kosmos. Hier spielt das Leben.